Hallo, mein Name ist Jan Sitzmann, ich bin Hoteldirektor des Amaron München Motorworld. Nach unseren sehr beliebten Car- und Bike-Studios rufen wir jetzt mit unserem Partner, dem Aulendorfer Reisemobilhersteller Carthago, das nächste ganz exklusive Zimmerprodukt für Auto-Enthusiasten ins Leben. Ein Hotelaufenthalt mit allen Amaron-Services, nur eben in einem voll ausgestatteten, schick E-Line Reisemobil von Carthago. Lassen Sie uns einen gemeinsamen Blick reinwerfen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020